ARD Text im Auftrag von Funk Handkamera hat einen ästhetischen Grund, dass wir sehr nah ans Geschehen, dass wir sehr nah an die Charaktere rankommen und auch ein zeitlicher Faktor. Das heißt, das bringt uns im engen Studio, kostet weniger Umbauzeit und wir haben mehr Möglichkeiten, uns in dem engen Raum zu bewegen. Musik Aber während der Aufnahme für den Fokus und das funktioniert eben mit einer Fernbedienung. In dem Fall bei uns kann man auch direkt an der Kamera machen, aber ich arbeite am liebsten damit und kann hier über die Fernbedienung, über Funk, die Bildschaffung einstellen. Musik Die verschiedenen Einstellungen ergeben sich meistens aus dem, was die Personen im Bild machen, ob die Gänge haben, ob sie sitzen, wie viele Personen im Bild sind. Achtung 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 Kampfstellung Achtung Kampfstellung Aber es muss ausschauen wie Dr. Haus Achtung 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 Achtung